Mit der 12, Andreas, Nummer 3, noch für uns, Börge, Nummer 6, Kempel, unsere nächste außerverkannte Frisur, Nummer 9, Igor, Außerdem mit der 11, er ist dabei, Christian, von rechts außen auf die 13, Markus, Nummer 19, Tobias, wieder rechts außen auf die 20, für Christian, der Mann ist wieder Toppin und voll gewesen, William 20, auch er ist besorgen, Aaron, Nummer 25, unser Flieger ist zurückgekehrt, Daniel, Daniel, 30, 31, für Umir, Peter, der Mann hat 33, auf dem Rücken heißt Dominik, nein, und der Überpfleger hat 39, Philipp, Peter, noch für unser Trainer, Günter, auch für heute, Alfred, Peter, und schwarz-weiß geschreit, verliebt hat er sich in Schmiti, unser Heim, alle, danke, bitte. Vielen Dank. Das war's. Das war's. Das war's.